hallo meine lieben und herzlich willkommen zurück zu grounded so ich hatte ja vor auf jeden fall meine waffe zu reparieren das war da ist echt ich habe nur noch vier spinnbrocken insgesamt oh mein gott na gut so ist es dann so ist es dann so dann werde ich mal in der zeitgruppe seile noch mal irgendwie herstellen habe ich habe ich nicht mehr okay ich habe keine spinnen fangnetze da mehr spinnnetze so da vorne glaube ich da ist gerade eine spinne in anmarsch da wackelt es so schön da ist sie die gute alte spinne ja lauf mal schön weg genau das ist so widerlich so genau das finde ich auch okay dass du jetzt kommst du wieder machst du hier einen kleinen spaziergang mädel na gut guck mal ich kann doch hier noch mein essen trocknen so jetzt habe ich zwei dahin okay ich brauche auf jeden fall noch ein stängel aber das jetzt zu machen in der dunkelheit jetzt wo die spinne hier um guckt das glaube ich keine gute idee ich müsste warten bis ich schlafen gehen kann man ist es soweit vielleicht eine stunde na ha 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 krass hacken wäre jetzt aber auch ein bisschen gefährlich hier aber gut ich könnte das eventuell probieren in der dunkelheit aber bomby läuft hier auch rum was höre ich denn hier oh man ich weiß nicht ob das hier so eine gute idee ist jetzt hier in der dunkelheit rumzurennen die machen mich alle kirre und vor allem ich sehe gar nichts weil die sonne scheint gott ich bin so konzentriert zu entschuldigung oh mann oh mann oh mann da ist noch ein ich bin so konzentriert zu entschuldigung oh mann oh mann oh mann da ist noch ein da oben ist noch einer aber ich sehe tatsächlich rein gar nichts aber ihr wahrscheinlich auch nicht ne da ist noch einer ja ich glaube dass das wird so nichts meine lieben wobei ich könnte doch meine fackel anmachen oder das ist doch nur eine einhand waffe geht doch beides sehr gut so so okay okay bienen höre ich auch gott diese geräusch korillisse da ist noch einer also inventar schon voll alles klar alles klar alles klar so dann nehmen wir das noch okay okay das ist voll wunderbar dann bringe ich das mal nach oben so ich könnte jetzt sogar schlafen machen wir das mal eben dann mach mal deine fackel wieder aus so schlafen gut ein stängelager wie gesagt brauche ich um da die seilrutsche zu aktivieren ich kann ja schon mal ähm ne das ist der falsche weg ich kann ja schon achso ich muss das ja oben machen ich kann ja schon die die dingsn hier mitnehmen die hier und dann auch warum laufe ich heute nur falsch ich weiß es nicht so wir haben es jetzt fünf uhr vier alles klar so dann nehmen wir das mal gleich mit achso wartet mal dann mal nochmal hin ich wollte mal gucken ob jetzt hier der stängel ne der ist nicht nachgewachsen gut dann muss ich den da hinten am bombi irgendwie gleich fällen schauen wir mal achso ich habe noch hunger und durst ja ich habe ja geschlafen ups so einmal schnell nach oben ich muss hier auf jeden Fall auch noch überall Lampen anbringen im Turm achja das wird auch noch eine Mammutaufgabe weil mit einer ist es ja nicht getan ne ich muss da ein bisschen mehr machen pro etage so gleich sind wir oben genau perfekt so dann brauche ich mal schnell noch hier weiter so na super das kriege ich sogar hin hier so wie ist denn das eigentlich kann man da oben dann auch ich glaube ne dann stört wenn ich da oben jetzt noch eine Wand mache dann stört das ne ach ist auch nicht weiter schlimm nicht weiter schlimm so wartet mal runter so hier wollte ich nochmal probieren ob ich hier noch die Schring an kriege an 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 dingsen kann hier an heften aber ich glaube nicht ne krass oder ich mach ne zweier wo mich gerade ging es ne es gibt doch halbe Wände oder gab es nicht halbe Wände ach ne nur halbe Böen warum gibt es denn keine halbe Wände ach warum gibt es denn keine halbe Wände falsch rum wartet mal ich muss unbedingt was essen und trinken man muss nur schnell genug sein dann kann man die auch an ist ja seltsam kann ich da bitte rauf danke ähm 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 ja jetzt gehts seltsam na gut ich hätte mich eigentlich auch ein bisschen gewundert muss ich sagen ja hm okay dann nehme ich das jetzt hier wieder mit runter und dann gucke ich mal dass ich jetzt ein Stänge noch kriege beziehungsweise muss ich erstmal was essen und trinken unbedingt sonst verdurstet meine kleine Hubs okay gleich sind wir unten gleich haben wir es geschafft ja komm lauf schneller lauf schneller lauf schneller ach ich lass es jetzt erstmal hier stehen so dann nimm dir mal ein bisschen was zu hapern genau also dann gehst du erstmal was trinken okay perfekto einmal das einmal das so dann nochmal ganz schnell Seile produzieren ja hier unten liegen die gar nicht mehr ne sichtbar die Seile aber naja nicht schlimm nicht schlimm nicht schlimm so dann nimm mal deinen Pfeil deinen Bogen meine ich falls Bombi hier in der Nähe gerade rum guckt und da ist ein Stängel aber ich seh den gerade nicht seht ihr den? ne ne ist Bombi außer Haus hm keine Ahnung wo der gerade ist keine Ahnung wo der gerade ist okay ähm die Sechs nein die Sieben so Inventar ist voll die nehme ich mal alle mit hier waren das nur fünf Stängel oder habe ich jetzt hier einen übersehen? ah die Sechs ja klar ich hab ja fünf in der Hand ich sterb oppala ah ich hänge im Hanging gut ähm einen nimmst du nur mit ja wobei wobei wo wartet man ich hol mal den anderen noch ich hol mal noch den anderen die wollen ja hier nicht verschwenderisch sein na Russi hallo okay kein Bombi hier der ist wohl tatsächlich gerade außer Haus so so den guten Stängel hätten wir also den bringe ich jetzt nach oben da mach ich die Seilrutsche fertig oh ich hoffe ich hab genug ähm von diesen Seilen das wär echt cool das bist du auch ein Stängel ne 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 der ist kein Stängel so oh man und ich hoffe ich schaffe das jetzt auch dadurch ähm mit einer guten Geschwindigkeit auch darüber zu pushen das wär so cool und vielleicht schaffe ich das sogar von da oben zu meiner anderen Base irgendwie etwas zu bauen vielleicht ist das ja jetzt hoch genug zu meinem kleinen Schloss wisst ihr so so fertig äh Seilrutsche verbinden ja man ähm ja okay aber ich könnte theoretisch ja noch ein paar Etagen höher bauen das ist ja kein Problem ähm ähm so warte oh nice guckt euch das mal an wollen wir einmal loslegen juhu juhu oh cool aber ich mag mal ein Foto machen meine Lieben ihr wisst ja wie ich bin ne so oh ich bin so happy warte warte mal wenn ich jetzt ein bisschen höher mache und denn so kann ich noch höher ja ich weiß nicht ob mir das gefällt äh ne wartet 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 das war jetzt nein 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 du sollst runter nein du sollst runter nein nicht hoch runter fanny irgendwie hat es was oder ja cool wartet so ja cool gefällt mir so ja und die Geschwindigkeit ist sogar recht in Ordnung muss ich sagen also wow Leute ich hab's ach ja da ist ja eine Markierung ich hab mich grad gewundert oh cool tadaaa so und dann theoretisch Seirutsche verbinden darunter genau ich hoffe das geht auch keine Ahnung oh ich hab jetzt keine Dings mehr aber nicht schlimm so jetzt fliege ich wieder zurück ja gut das ist vom Tempo nicht so toll aber es funktioniert aber gerade so ne wow he oh falle ich jetzt hier runter? ne ja gut ist jetzt nicht die schnellste Route zurück aber hey immer noch schneller als wenn man laufen würde bam na ist doch wunderbar das ist doch wunderbar sehr geil sehr geil das gefällt mir wow ich bin begeistert jaaa I'm very begeistert achso genau dann kann ich ja mal schnell äh die Sachen wartet mal das rackert hier noch ne ja wartet mal das nehm ich gleich mal mit lege ein paar neue nach äh so Seile habe ich eigentlich noch genug ähm wo habe ich denn eigentlich die ne da habe ich da sowieso nichts drin ähm ja dann mache ich die erstmal hier hin ich weiß jetzt nicht genau wo ich die drin habe wahrscheinlich in einer anderen Kiste da vorne irgendwo so äh wartet ich gucke einfach nochmal ne da habe ich auch nichts drin ah hier hier sind die Gleiter ja gut dann ist es halt so ne dann ist es halt so ähm so jetzt 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 genau Baumwanzen muss ich auf jeden Fall noch machen und Bombardierkäfer okay okay aber ich denke wir hacken noch einmal Gras ja das war jetzt trockenes aber egal kannst du mal danke mal ein bisschen springen so so na Rüssi alles gut bei dir so na Rüssi alles gut bei dir so schnell da reinbauen so vor allem reinbauen äh Inventars voll ja so dann nehmen wir noch das da okay okay ja dann wird es ja langsam muss ich ja mal sagen sehr schön hängt hängt da noch irgendwo was so in den Dings sind drin nein gut so das ist voll wo ist denn jetzt mein anderer Lager äh mein anderes Ding achso das habe ich da da oben stehen lassen ach wartet mal dann nehme ich das mal mit dann nehme ich das gleich mit sehr schön dann stelle ich das mal hier hin du machst dich mal da rein dann nehme ich das jetzt runter sehr gut stell das mal da hin genau so einmal rein da Inventar voll da ist noch ein Wassertropfen habe ich gesehen aber wartet mal ich glaube mal hier lang oi so nehmen wir erstmal den Wassertropfen achso ja soviel dazu he wartet da ist auch noch trockenes Gras so lass mal fallen trinken ja genau so hängt hier noch irgendwo was da oben auch nicht nein okay so dann lass ich das erstmal weiss los mit dir hm kleiner Russi gut ich nehme mal gleich nochmal einen Stängel mit wegen Treppe also dann gehen wir noch einmal nach oben zum Turm in dieser Folge und dann war es das auch schon wieder so so I'm very happy wirklich ich bin so happy dass es jetzt geklappt hat mit der Salrutsche aber wie gesagt da in dieser Region möchte ich noch eine weiter umbauen noch eine etwas höher damit ich nicht immer durch diese Hitze da laufen muss das ist jedenfalls meine Idee und da muss es ja auch irgendwo mhm Kohle geben ne also nicht Kohle in vorn von Geld sondern Kohle in vorn von Grill so wartet mal ich stell das mal da hin nimm dir mal dann kannst du schon mal die Wände hier weiter bauen ach dass man jedes mal da runter fällt ne ach so wartet ich nehme mal gleich noch zwei mit so sehr schön dann hätten wir das auch erledigt ach ich muss ja hier noch einen Bohnen einziehen stimmt ja ich muss ja hier noch einen Bohnen einziehen wartet mal äh ich stell mal da hin dann kann ich nämlich da gleich eine Treppe bauen dann habe ich die auch schon mal weg nein keine Wände Treppe die hier die ist very good ähm so perfekt perfekt so dann Bohnen ähm Dreieck ähm aber gut ist halt so kann ich nicht ändern kann ich halt nicht ändern so ok machen wir erstmal hier erstmal da und schon ist wieder alles leer so ha kriege ich da vielleicht ein zweier Bohnen ne schade sehr schade sehr schade sehr schade sehr schade sehr schade sehr schade gut dann ist es halt so dann ja Und warum geht das nicht? Wegen der Seilrutsche. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Gut, 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 gut. Dann ist es leider so, ne? Würde ich mal sagen. Wo ist eigentlich... Okay, da langt nicht. Ihr müsst jetzt auch denken, ich bin bescheuert, ne? Aber da lang geht es ja zu meiner anderen Base. Ich weiß nicht, ob die Höhe dann ausreicht. Weil irgendwas war doch da am Weg, ne? Ich könnte ja mal probieren. Wartet mal, Seilrutsche verbinden. Ne. Ne. Da ist versperrt. Also theoretisch müsste das ja funktionieren. Wenn ich die Wand hier weghauhe. Die hier. Achso, ja, genau. Ich hab... Okay, pass mal auf. Dann werde ich erst mal die wiederverwenden. Einmal da hin. So. Theoretisch müsste das doch klappen. Es sei denn, der, der, der blöde Dingsen ist im Weg, ne? Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Gut, das werden wir aber ein andermal feststellen, hoffentlich. So. Nicht mehr in dieser Folge. Dann bringe ich das wieder runter für die nächste Ladung. Gleich sind wir da. Gleich sind wir unten. Boah, ich nehm schon wieder 30 Minuten auf. Wie? Die Zeit, die rennt. Das ist unglaublich. Unglaublich. Und es ist auch schon wieder dunkel. So ziemlich. Und es ist auch schon durch. Wunderbar. So, meine Lieben. Gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und wir sehen uns hoffentlich morgen. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020